Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Zuversicht kann man nicht verordnen. So haben Sie es, Herr Bundeskanzler, in der Schlusspassage Ihrer Regierungserklärung gerade formuliert. Und diese Annahme ist ja nun ohne Zweifel richtig. Aber Zuversicht kann man auch nicht künstlich herbeireden. Zuversicht entsteht dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, da ist eine Regierung im Amt, die hat einen Kompass, die trifft Entscheidungen und die gibt durch Taten Grund und Anlass zur Zuversicht, nicht durch Worte allein. Für mich ist das selten so offensichtlich gewesen, wie Worte und Taten bei dieser Bundesregierung auseinanderfallen, wie bei dieser Regierungserklärung heute Morgen. Und nun entbehrt das ja nicht einer gewissen Komik, dass Sie ausgerechnet den vermutlich von uns allen hochgeschätzten britischen Historiker Timothy Garton Ash zitieren. Herr Scholz, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Ash hat seinem englischsprachigen Publikum vor einiger Zeit das Wort Scholzen ins Englische übersetzt. Mit Scholzing. Und Scholzing hat er so interpretiert. Gute Absichten kommunizieren, nur um dann jeden vorstellbaren Grund zu erfinden, um diese hinaus zu zögern und zu verhindern. Das ist Timothy Garton Ash, Herr Bundeskanzler. Nun kann man ja nicht ernsthaft bestreiten, dass die Bundesregierung und die Europäische Union in den letzten 13 Monaten auch einiges richtig gemacht haben. Europa und die NATO sind zusammengeblieben. Und das war keineswegs selbstverständlich. Das ist das Verdienst aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der NATO, auch wenn bedauerlicherweise die NATO-Erweiterung um das Land Schweden immer noch am Widerstand der Türkei bisher scheitert. Europa und die NATO haben der Ukraine sehr viel geholfen, humanitär, materiell, finanziell und richtigerweise auch militärisch. Aber Herr Bundeskanzler, den Umfang unserer Hilfen nun allerdings so unmittelbar hinter den der Vereinigten Staaten von Amerika einzureihen, das ist, um es zurückhaltend zu sagen, eine leichte Übertreibung. Denn bemessen an der Wirtschaftsleistung haben eine ganze Reihe von Ländern, auch und gerade in Europa, deutlich mehr geleistet als wir. Und das gilt insbesondere, ja, wenn Sie hier zwischenrufen, wer denn will ich Ihnen das sagen, das gilt insbesondere für einige osteuropäische Länder und hier insbesondere für die baltischen Staaten. Diese Länder der EU, die ja nun zu Recht die größte Besorgnis um ein weiteres Ausgreifen des Krieges auf Ihre Staatsgebiete haben, diese Länder haben Sie mit keinem einzigen Wort heute Morgen hier erwähnt. Sie lassen ebenfalls völlig unerwähnt, Herr Bundeskanzler, den Bericht der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, die nun genau in dieser Woche vor zwei Tagen hier in Berlin, ja, die kommt aus Ihren Reihen, nicht von uns. Frau Högl hat einen Bericht vorgelegt, den Jahresbericht über das Jahr 2022 mit der Überschrift, der Bundeswehr fehlt es an allem. Und dann, im Berichtszeitraum, so sagt sie, ist noch kein Euro und kein Cent bei der Bundeswehr aus dem Sondervermögen angekommen. Herr Bundeskanzler, ab jetzt hören Sie auf, den Zustand der Bundeswehr bei irgendeiner anderen früheren Regierung festzumachen, der Sie im Übrigen länger angehört haben als jede andere Partei, die hier im Deutschen Bundestag sitzt. Wir haben hier gemeinsam beschlossen, wir haben hier gemeinsam beschlossen, 100 Milliarden Euro, ja, dass Sie dabei nervös werden, das kann ich mir vorstellen. Aber da oben sitzen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auf der Tribüne. Und da draußen sind Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Einsatz. Was die von Ihrem Gelächter halten, das sollten Sie bei Ihrem nächsten Truppenbesuch sich mal anhören, meine Damen und Herren. Wir haben hier gemeinsam 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zusätzlich beschlossen. Wenn fast ein Jahr danach noch kein Euro und kein Cent bei der Bundeswehr angekommen sind, dann ist das ein Skandal, Herr Bundeskanzler, den Sie zu verantworten haben und niemand anderes in diesem Haus. Nun verbinden sich mit dem neuen Verteidigungsminister, ich finde auch zu Recht, einige Hoffnungen, dass das besser wird als vorher. So ganz schwer wird das nicht sein. Aber, Herr Pistorius, Sie sollten nicht nur Personal austauschen im Verteidigungsministerium. Das ist Ihr gutes Recht. Sie müssen jetzt das Beschaffungswesen der Bundeswehr grundlegend ändern, damit am Zustand der Bundeswehr jetzt wirklich etwas verändert wird. Herr Bundeskanzler, Sie haben im letzten Jahr eine neue nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland angekündigt. Die sollte erst im Herbst, dann im Frühjahr und dann zur Münchner Sicherheitskonferenz vorgelegt werden. Mittlerweile hören wir, dass dieses Vorhaben in Ihrer Regierung nicht weiter verfolgt wird. Offensichtlich, weil der Kompetenzstreit zwischen Außenministerium und Bundeskanzleramt nicht mehr aufgelöst werden kann. Das ist eben der Unterschied zwischen zum Beispiel Frankreich, aber auch vielen anderen Ländern auf der Welt, die in diesen Monaten ihre strategische Ausrichtung neu vornehmen und die neuen Herausforderungen annehmen. Die deutsche Bundesregierung streitet über Zuständigkeiten. Das ist der Unterschied zwischen Deutschland und vielen anderen Ländern auf der Welt. Und nun bestreiten Sie mal nicht, dass Sie ständig streiten. 30 Vorhaben dieser Koalition liegen auf Eis, weil sie keine Einigung erzielen. Der Bundesfinanzminister lässt einen Abstimmungstermin über den Bundeshaushalt 2024 platzen. Nicht, weil es da noch um Kleinigkeiten geht, sondern weil sich innerhalb dieses Kabinetts die Bundesregierung nicht einig werden kann, über 70 Milliarden Euro Zusatzausgaben, die von den Ressorts beantragt werden und die vom Bundeshaushalt nicht gedeckt sind. Gestern fand in Berlin der sogenannten Bildungsgipfel dieser Bundesregierung statt. Drei von 16 Kultusministern und Kultusministerinnen der Bundesrepublik Deutschland sind gekommen. Alle anderen, und das waren bei Weitem nicht nur die Unionsminister, sind zu Hause geblieben, weil sie es als sinnlos empfunden haben, zu einer solchen Veranstaltung hier nach Berlin zu kommen. Und dann Brüssel. Sie beschreiben hier mit Ihren Worten, wie gut das Einvernehmen der Bundesrepublik Deutschland mit den anderen Ländern in der Europäischen Union ist. In Brüssel spricht man mittlerweile vom German Vote. Was heißt das? German Vote in Brüssel ist Enthaltung in den Räten, in den Ministerräten und auch im Europäischen Rat, weil sich die Bundesregierung hier in Berlin nicht einig ist, wie sie denn in Brüssel abstimmen soll. Ja, diese Zwischenrufe, Herr Dürr, kenne ich. Aber die Diskussion über den Verbrennermotor, die findet in dieser Bundesregierung statt. Und jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, Herr Wissing ist da. Herr Wissing, Sie haben hier vor einem Jahr erklärt, wörtlich, die Entscheidung für E-Mobilität ist längst gefallen. Er, sagen Sie, ich halte E-Fuels für Autos nicht für sinnvoll. Ende des Zitats. Ein Jahr alt. So, und heute legen Sie sich auf der Schlussgeraden quer in der Europäischen Union. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union schütteln über Deutschland den Kopf und sagen, was ist denn mit denen plötzlich so los? Was machen die da in dieser Entscheidung, die seit anderthalb Jahren in Brüssel vorbereitet wird und jetzt entschieden werden sollte? Was macht diese Bundesregierung da eigentlich in Brüssel? Damit kein Missverständnis entsteht. In der Sache, in der Sache hat Herr Wissing recht. In der Sache hat Herr Wissing recht. Das hätten Sie alles früher haben können, wenn Sie unserem Vorschlag gefolgt werden, eben nicht auf den Verbrenner zu verzichten, sondern technologieoffen in die Mobilität der Zukunft zu gehen. Das wäre richtig gewesen. Herr Döhm, vielleicht trägt zur Beruhigung Ihres Gemüts ein Artikel bei, den nun zwei wirklich Unverdächtige in dieser Woche geschrieben haben. Ein Namensartikel in der Zeitung Die Welt, Julian Niederrümelin und Ernst-Ulrich von Weizsäcker, die diesen Artikel sogar überschrieben haben, mit der Überschrift E-Fuels sind eine moralische Pflicht. Warum schreiben Sie das? Weil Sie diesen Sachverhalt eben nicht nur auf die Binnendiskussion, die Sie in Ihrer Koalition führen, beziehen, sondern weil Sie den internationalen Bezug in den Blick nehmen und sagen, wir müssen aus Deutschland heraus Technologien entwickeln, die auch in den weniger gut entwickelten Ländern dieser Welt angewendet werden können und nicht nur auf die eigene Wirtschaft und auf das eigene Land zu schauen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Lassen Sie mich abschließend, Herr Bundeskanzler, zu dem Thema Wettbewerbsfähigkeit wird die Kollegin Lips gleich noch etwas sagen. Lassen Sie mich abschließend zum Asyl- und Einwanderungsthema etwas sagen. Sie laden nun für den 10. Mai zu einem Gipfel im Kanzleramt ein. Gut ein Jahr, nachdem die ersten Kommunen und die ersten Kreise bei Ihnen vorstellig geworden sind und Ihnen den Hinweis gegeben haben, dass die Aufnahmekapazitäten in den Städten und Gemeinden in Deutschland erfüllt sind. Da schreiben Ihnen Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte seit Wochen und Monaten, und Sie bekommen aus dem Kanzleramt noch nicht einmal auf Ihre Briefe eine Antwort. Das ist ein Umgang mit den Städten und Gemeinden in Deutschland. Der ist einfach unangemessen. Und wenn Sie heute Morgen diesen Städten und Gemeinden hier Dank sagen, dann nützt denen das gar nichts, wenn Sie nicht die entsprechenden Entscheidungen treffen, die dafür sorgen, dass der Zuzug an illegaler Migration nach Deutschland gestoppt wird, jedenfalls deutlicher begrenzt wird, als dies gegenwärtig der Fall ist. Da müssen Sie Entscheidungen treffen und nicht reden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Warum hängt immer noch wegen des Widerstands der Grünen-Fraktion im Bundestag die Entscheidung über die sicheren Herkunftsländer? Das hätte längst entschieden werden können. Dann wäre ein großer Teil des Problems aus diesen Regionen, die betroffen sind, gelöst. Sie vermengen auch in Ihrer Regierungserklärung heute Morgen erneut das Thema Einwanderung in den Arbeitsmarkt und Asylverfahren. Wir machen Ihnen einen sehr konkreten Vorschlag, wie man das lösen kann. Wir wollen Asylverfahren und Einwanderungsverfahren in den Arbeitsmarkt strikt trennen. Machen Sie die Einwanderungsverfahren in den Arbeitsmarkt so, dass das vom ersten Tag an vollständig digitalisiert stattfindet und dass Sie die Ausländerbehörden, dass Sie die Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland entlasten von diesen Verfahren. Hören Sie auf, über Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu reden, wenn die Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland weltweit zurzeit über 40.000 unerledigte Anträge da liegen haben, die Sie nicht bearbeiten können, weil Ihnen das Personal fehlt. Das Problem liegt bei Ihnen, Herr Bundeskanzler, und Ihrer Regierung und nicht bei denen, die dringend in Deutschland Arbeitskräfte brauchen. Abschließend. Wenn man Sie heute Morgen hier so hört, dann muss man doch die Feststellung treffen, dass nicht nur Anspruch und Wirklichkeit dieser Bundesregierung immer weiter auseinanderliegen. Bei Ihnen fallen mittlerweile Selbstwahrnehmung und die tatsächliche Lage im Land, in Deutschland, in fast schon besorgniserregender Weise auseinander. Sie verlieren mittlerweile, Herr Bundeskanzler, den Bezug zur Realität in unserem Land. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.